Wow, 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 und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Among Us, wie immer mit Maudan und Maxi, Osa, Winter und Zombie. Hallo. Ich kann noch ein bisschen die Lore hinter dem Wow, 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 wow. What does the fox say? Wow, 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 wow. Ich verstehe. Fox say. Wow, 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 wow. Neue Map. Wow, eine neue Map. Ja, nee, ist nicht ne neue Map. Das ist die erste Map, die haben ja schon mal gespielt. Ja, es gibt nur drei Maps. Als ob, und dann bist du da rechts und da bist du rechts. Rosa. Ich zeige, hier ist hier irgendein Recht. Ich kann die Wippe nicht aufmachen. Oh, mal, 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 mal. Tja. Nachmacher. Äh, danke. Osa ist ein bisschen in zwei geteilt. Na, Mott. Irgendwer ist in zwei geteilt. Ich glaube, Maudan ist der Böse. Ja, Maudan ist so lange nicht gesagt. Ada. Da, hier, bei mir. Entweder tot oder böse. Da, hier, bei mir. Egal, benutzt ihr. Du kannst auf Task auch einmal draufdrücken zum Notfall. Ach, noch die Pfeile. Ähm. Ähm. Das ist jetzt so safe. Hallo. Irgendwie habe ich erwartet, dass ihr irgendwann mal da hinschriegt. Eine Sekunde nachdem ich getötet habe, geschrien. Mondano kommt einmal runter, so, hi, und geht wieder hoch. Ja. So, Leute, diesmal gehe ich wirklich los mit der Aufgabe. Okay, diesmal try hard. Ja, das war mein eines Mal Imposter. Jetzt werde ich es nicht mehr. Dann eines Mal, genau. Ähm, äh, wait. Äh, wait. Hä? 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 Ich weiß nicht. Hä? Was? Wer war da? Irgendwer davon hätte gerade gekeht. Ich habe das gesehen. Ich habe gerade nicht hingeguckt. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Okay, wen sagst du, Maxi? Was? Fufu? What the heck? Was? Wen sagst du? Ich sage Tombey. Ich wollte jetzt mal einen Ahnung. Hä? Ich, ich truste. Oh, oh. Ja, stopp. Ich habe einfach versteckt, ich versteckt, ich versteckt. Aber dadurch verstehe ich nicht, wo immer diese Beschuldigung kommt. Ja, beim letzten Mal ist es zu oft Imposter. Ja, fast immer. Ich gehe zum Reaktor. Maxi, nicht aufstecken, habe ich gesagt. Ich habe keine Ahnung, wohin gehe. Ich mache nicht. Ich glaube, wir freuen uns, wenn das Ding kommt. Osaft hat sich gerade... Ich will nur... Okay. Ihr habt es gehört, oder? Osaft hat gesagt, er will nur Maudado umbringen. Ich stand genau daneben. Warte, Maxi hat Maudado umgebracht? Nein. Ach man, nee, blöd nicht. Als ob. Es war Osaft. Das stimmt. Osaft, gibt es zu? Also irgendwie glaube ich Osaft nicht. Ich finde, jeder verdient eine zweite Chance. Hä? So ist die Logik. Derjenige, der zählst den Knopf, drückt der stirbt. Okay? Der muss rausgebautet werden. Ich sehe irgendwie kein Megafon. Ja doch, ich habe es. Ist der einfach Fufu? Hä? Es stimmt. Ich glaube, ich bin nur ausgerutscht. Bin ich vielleicht auch so auf den Knopf gekommen? Leider hier ist ein Megafon. Hä? Hä? Ja, ich halte es gerade Fufu ans Ohr, damit er mich mal versteht, weißt du? Das ist schon so klar. Töte mich, komm schon. Bitte. Winter töte jetzt mal jemanden. Warum soll ich dich töten? Ich möchte nur kurz sagen, Osaft meinte, der, der das Megafon hat, muss rausgeboten werden. Stimmt, daran erinnere ich mich. Ah, verdammt. Er wird irgendwie das vertan. Ich weiß noch. Irgendwann bekommen wir ihn noch. Irgendwann finden wir raus, wenn der Poster war. Ich werde auch nie im Poster. Also, Maxi ist ein Poster, okay. Also, jetzt ist halt safe Maxi, ist dieser. Okay, ich bleib die gesamte Runde bei Maxi. Könnt ich mal fahren wir weg? Bleib doch hier Maxi. Wir haben nie es an ihm dran stand, als es passiert ist. Ja, niemand teleportiert sich so ein bisschen zu denen hin. Wir müssen nicht ganz bei Maxi stehen. Doch, wir müssen genau drin stehen. Ah ja. Wie ist genau Maxi erwischt? Maudado ist schon mal sicher. Okay, da muss es nach hinten. Ich bin mir echt sicher, dass es Fufu ist, Leute. Das passt schon, Leute. Das passt schon. Wenn es jetzt Fufu war, bin ich sehr beeindruckt, Osaf. War es nicht. Aber du hast noch einen Versuch, Osaf. Nein, Fufu. Ich mach mal weg. Nein, Leute, geht doch weg. Oh, ich dachte, Zombie hatte sich teleportiert. Also ich war für Maudado. Danke, danke, Osaf, danke. Es kann nicht Maudado sein. Maudado war ein nächstes Fisch ist mit den Kabeln. Ja, das stimmt. Ich habe nur die dummen Ideen. Ich muss dafür nicht Imposter sein. Ich muss die ganze Zeit leiden und ich sage nicht mehr was. Hallo, Fufu. Ich scamm mich gerade. Maxi ist safe. Das gämt euch. Maxi ist kein Traitor. Maxi ist ja schon am Anfang konfirmt kein Traitor gewesen. Wie das? Dadurch, dass seine Aufgabe hier diesen Scanner gemacht hat. Im Madback. Geh in den Schach, Zombie. Geh in den Schach. Drück Leertaste. Das kann ja sein. Aber der kann ja auch mal als Geist seine Aufgabe machen. Somit hat gerade den Maxi abgestorben. Nein. Oh, Saf, wenn du für Maudado votest, lasse ich dich die Aufgabe machen. Auch wenn ich nicht Imposter bin. Wir können doch alle was geben und dann zu dir zu machen, oder? Maudado, ich habe dich nicht gewotet, Maudado. Jetzt musst du nur wissen, was ich gewotet habe. Ja, aber wen hast du gewotet? Ja, ist ein Rätsel. Das darf man nicht wissen, aber das ist eine geheime Wahl. Du hast eine Chance von 1 zu 4. Eigentlich 1 zu 3, weil du hast gesagt, du hast nicht ihn gewotet. Ja, nicht ihn, aber ich kann auch skippen. Meine Lebenszeit ist einfach weg. Ich kann skippen oder mich oder euch. Ach so, stimmt. Ich will eh gar nicht mehr leben. Fufu, du hast halt so hart gelogen. Fambi, du machst nichts, oder? Ich darf neben dir stehen. Ich muss nur warten, bis Maudado deine Aufgabe hat. Hier kannst du Maudado vielleicht vorher noch töten? Nicht abstechen, Fufu lauf zwischen uns. Fufu, beschütz mich doch. Er kriegt dich halt trotzdem. Okay, jetzt worte ich für mich, Leute. Wow. Könnte man in dem Spiel leveln, ich wäre level 100. Wenn man mit Aufgaben leveln würde, dann würde ich halt auch save level 100 sein. Ich mache jetzt einfach meine Liste. Ja, same. Du bist eh wieder Traitor. Ja, dann kann ich es hundertprozentig. Warum wird Zombie immer Traitor und ich nie? Bei mir mit dem Raum? Ja. Aber er macht mit der Augen, er steht nur da. Oh, Ursaft ist es. Hey, es liegt der. Ursaft ist es, Mech. Der steht nicht mehr, sag ich dir. Ich bin mir ziemlich sicher, es ist Ursaft. Der ist seit letzter weggelaufen. Ja, vor allem, Winter hat auch nicht gesagt, oh, okay, Ursaft ist es. Und rennt einfach weg. Ja, aber ich habe Angst, dass Ursaft mich auch abschließt, aber es hat ja ein cooler und eigener. Ja, aber da war ich echt zu spischen. Maudado. Es gibt mir keine Aufruzierung. Ich will auch böse werden mal, es sind immer die selbten. Okay, wer ist es? Ich muss jetzt für Zombie. Ich sag Zombie. Oder Wintercracker. Muss ich da dran stehen bleiben? Als ob du schon wieder bist, Ursaft. Wie oft kann man internationale Tracer werden? So oft kann ich nicht Impostor sein, es muss eigentlich Fufu sein. Ich wohne Ursaft, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich warte 90 Sekunden. Oh Mann. Ja, sehr gerne. Yay, dann kann wer anders im Poster werden, sick. Okay, Ultramade. Okay, wäre es diesmal Ursaft oder Zombie? Das ist bestimmt Ursaft, weil es doch viel Tie-Out zu karten. Wirklich nicht, Leute. Er wartet doch für mich. Wenn Sie heute nicht killen, ich musste den Knopf drücken. Oh, ey. Möchtest du mal ein Cooltraum? Ursaft, das macht die Katze sehr verdächtig. Das hat die Katze sehr verdächtig. Das Game ist so unfair. Oh, ich glaube nicht, dass es Ursaft ist. Nee, komm, ich warte Ursaft. Okay, keiner hat mir Fufu gewollt, Fufu war es. Ja, bitte. Ich war einmal safe. Ich wollte meine Aufgaben machen. Ey, ich war jetzt auch meine Aufgaben. Kannst du da durch? Geht nicht. Okay, Inno. Okay, Fufus confirmed Inno, ja? Ich muss mal kurz ein Video hochladen. Was, du musst kurz ein Video hochladen? Ja, ja. Ich will nicht sagen, aber da hat der Pfeife gerade gewaffelt. Der gelbe Gnom. Der gelbe Gnom. Ich mach mich Ursaft. Ursaft, Furt von Wintercracker, dann überlebst du. Hallo, hallo, hallo Ursaft. Nein, es war doch eine Aufgabe. Aber das, sonst hätte ich mal Ursaft. Äh, ist ja eh egal. Die Runde ist einfach vorbei. Ursaft hat einfach noch keine Runde gewonnen, glaube ich. Einfach mal fünf Traitor einstellen. Wenn das gehen will. Aber es wäre cool. Wie für einmal. Wie für einmal. Wurde ist ja auch nicht so gut. Eine Runde noch, Ursaft. Ja, einfach. AFK. Hallo AFK. Oh. Was, bin ich einfach verschwunden oder was passiert? Ja, du bist verschwunden. Ich hoffe, du warst der Imposter. Ich habe auch noch ein bisschen verlassen. Alle Fofo ist es. Nee. Jede Runde stelle ich als Erster. Warum wird Maxi denn nie Imposter? Ich stelle auch als Erster immer. Er stirbt halt echt so häufig als Erster. Du meinst, ich hoffe, dass man sich nicht wehren kann. Also in keiner Form. Ja, wenigstens warst du das einmal. Ja. Es ist die ganze Zeit irgendwie immer die gleichen. Aber einen, der ich nicht Imposter bin. Ja, nur weil du zu 90% immer Imposter bist. Aber ich sage euch nicht, ob ich Imposter bin. Ich glaube, ich kenne langsam alle Aufgaben auswendig. Ich glaube, Wintercracker ist es nicht. Das zurückgelaufen macht eine Aufgabe. Ja. Endlich vertraut mir immer, oder? Oh mein Gott, wer war das? Also Fofo ist gerade lachend an mir vorbeigelaufen. Okay. Okay, dann ist Fofo vorhanden. Nein. Ich habe gesehen, wie Zommel an ihm vorbeirennt, getötet. Fofo kann dann auch einfach an der Leiche vorbeigegangen sein und hat einfach nur gelacht. Warte, was war das gerade für ein Argument? Du bist an mir vorbeigelaufen, wie ich ihn umgebracht habe und du hast nichts gesagt? Ja, ich habe nur gelacht. Also es ist halt so Fofo, einfach nichts zu sagen und nur zu lachen. Ach, scheiße, meine Maus ist jetzt kaputt. Ach, ich hatte das Spiel, Alter. Was mehr? Meine Maus ist kaputt. Ja, wenn wir nicht wohnen, dann fliegt keiner von beiden raus. Ach, Mann. Dann skip einfach. Was soll ich denn für eine Maus machen? Egal. Jetzt eine Mal. Wofür, du schüttest mir eine Maus? Ich fand das so gut, einfach diese Maus. Dann geht man da hin. Oh, verdammt. Ich habe das vergessen, dass das auch passieren kann. Komm mal und da, ich warte auf dich. Okay, bist du nett? Vielleicht. Bist du nett? Vielleicht. Okay. Wir müssen einen Reaktor reparieren, sonst sterben wir alle. Ich brauche einen zweiten Spieler, um den zu reparieren. Hä, der kann das auch machen. Ich traue ihn nicht. Jetzt mach. Fofu, Alter. Ich traue ihn nicht. Jetzt halt deine Hand raus, sonst sterben wir alle. Nee, ich nehme den. Fofu, schnell. Fofu, jetzt. Nimm den anderen. Hä, hat sich Fofu gewonnen? Hä, warum hat Fofu gewonnen? Weil wir alle gestorben sind. Wow, 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 wow. Das war's zu Among Us. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft mir sehr und dauert nur zwei Sekunden. Wenn ihr jetzt noch mehr davon sehen wollt, ist rechts ein Video. Links ist mein letztes. Dann kommt ihr rechts zu meinem 2-Channel. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.